Süßer, kleiner Dino. Wie oft hab ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungspikes und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Und? Kennen Sie jemanden, der acht Connection-Machines vernetzen und zwei Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr, am East Dog. Ob du mal einen T-Rex reiten kannst? Naja, ich weiß nicht, die sind ja nicht böse. Wieso denkt jeder, dass die böse sind? Das sind Fleischfresser die jagen dich. Warum? Du beschauchen Fleischfresse. Ja, und jetzt habe ich es nicht dich. Die essen alles. Tja, und? Die fressen nicht ihre eigenen. Kinder zum Beispiel. Ja, super. Wo bist denn du jetzt? Ich bin reingegangen. Da stand auch noch jemand neben dir, oder? Ja, der alte Sack. Kann ich aber nicht fehlen. Oh, mein Gott. Oh, Hallöchen. Alles kann man machen. Da kann ich gucken, was du freigeschaltet hast. Ja, okay. Ausbombe. Früher habe ich so Dinosaurerzeug so gern geguckt. Ja, wieso dann nicht Jurassic Park? Weil das mir zu unrealistisch war. Okay. Ja. Wo bist du denn noch schon wieder hin? Wo im Keller? Ne, ich schraube irgendwas an. Ich schraube mich nur um. Ich randaliere nur. Okay, da kannst du irgendwas kaufen. Gehen wir mal hin. Da hast du den Ausgang. Okay. So, wir wollen mal das Tyrannosaurus-Gehirchen. Wo sind denn die blöden Autos? Hier drüben war doch eins. Ist weg! Das ist verschwunden. Ich folge jetzt einfach hier den Linien. Boah! Was ist das? Kannst du hochjumpen? Nein, ich bin alt. Ich kann nicht so hochjumpen. Ah! Ah, du musst herkommen. Wo bist du denn? Ja, in die andere Richtung. Okay, andere Richtung. Komm her! Komm her! Wink, wink, wink! Komm her! Hier bin ich! Hier! Und wo genau? Ist das irgendwo auf der Karte gemacht? Kein Bock. Ne, wo bist du denn? Wo ist es lang? Links. Anderes links. No, komm. Lässt mich da rechts. Ah ja! Wink mal! Alles klar? Ah, ihr habt doch noch Kraft. Für so einen alten Knacker. So wie nicht. Ich kann nur vorwärts und rückwärts fahren. Wo sind wir überhaupt? Egal. Vor allem, verhaft zum Tyrannosaurus Gehege. Dann wurscht es. Hier müssen wir hin. Welchen neben dir? Äh, der Chaos-Theorie. Wer redet denn da? Komm schon, schneid mich doch bitte runter! Wo denn? Hier! Schneid ihn mal runter. Ja, tschüss. Oh, bitte, bitte. Jetzt kann ich hier die Dinosaurier herlocken. Es regnet! Tyseratops, der Scheine ist. Ja, das ist gut, weil der kann schon hier weitermachen. Wie im Dino. Hecke, Alter. Hier ist es so grün. Woah! Mach dich fertig! Hilf mir! Ja, du bist ein Dino! Ja, und? Ich komme hier nicht rein. Ich habe Angst. Ich bin tot! Woah! Woah, krönen Hitzel! Mach dich fertig! Ich sterne, da. Ja, du Spass, du dreckige... Jetzt. Danke! Hier, komm doch hoch! Zum Dino. Komm doch hoch! Jetzt sind die Leiter. Da kannst du irgendwo, wo wischst du? Hier. Oh, hier. Ja, da drüben. Okay, ich komme jetzt drüber. Jetzt stören wir das. Kannst du sowieso nicht rein. Dann geh ich das mal bitte hier über die Leiter hoch. Nein, mach mich nicht kaputt, Alter! Zack! Wir müssen einsammeln. So. Sind das Eier? Nein, das ist ja kaputt. Wenn ja, sonst ist das kaputte Eier. Hier ist ein Haufen, aber... Ja, dann hol mal die Tose, spiel mal die Tose und find's ja. Ja, ich weiß schon, wie weit die weg ist. Ja, hol's einfach. Ja, hallo? Mach einfach. Mach einfach. Mach einfach. Was, Gott. Trittierer, was du spielst. Ich hab doch keine Ahnung, wo die ist. Ich schau ganz am Anfang. Hey, 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 stopp! Von einem Fahrzeug kommt dir niemand durch. Ich sag dir, du willst als Dino-Futter enden. Ja, so Dino-Futter... Ich weiß ja nicht mal, wo wir sind, weil ich mir nur zu dem eingesprungen, dann war plötzlich das Auto da. Ja, dann lauf einfach den Schienendreherr. Ja, es kann sein, dass ich... Kannst dich irgendwie auf dem Duasch da vorne auf eine Karte inskriegen. Ja, aber das war an so einem Infostand. Ich schau doch nicht. Da. Na los, wir müssen diese Straße freiräumen. Hat denn niemand einen Presslufthammer oder sowas? Nee, den hab ich zufällig heute mal nicht dabei. Ist nicht in der Hosentasche versteckt oder so. Presslufthammer, weg auf den Presslufthammer. Den musst du ja schon mal finden, oder? Keine Ahnung, vielleicht hat den jemand schon so gehabt. In dem Kackahaufen bestimmt. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo ihr seid. Vor allem bei euch regnet es und es ist dunkel. Da, Karte. Hast du das gemacht? Ah, dann wo bist du? Du bist hier. Das Volk steht im Weg hier. Und dann kommst du zu mir. Wo bist du? Auf der anderen Seite, Alter. Ich bin hier. Ich bin da. Ja. Alter, auf der ganz anderen Seite. Hast du so richtig? Ja, geradeaus. Stopp, wieder zurück. Da ist eine Mauer. Da ist eine Mauer. Ja. Da kommst du durch. So, äh, die kommt wieder ran, so. Warte mal. Heraus. Kommst du nicht durch ohne ein Auto. Toll, dann kommt da eins. Kann ich ja rund links nicht rumlaufen, oder? Nicht unten durch. Hier vielleicht. Dass du hier mal lang läufst. Oh, Mann. Lass mal die Karte offen. Also, wo ich bin. So, da, da, da. Dann hier. Kommt, äh. Ja, wir sind ja auch irgendwie hinten rum reingelaufen. Ja, wir sind gar nicht gelaufen. Über das Gehege. Wir sind ja, ja, mit dem Auto dann aber. Nee, wir sind durch das... Oh, keine Ahnung. Wir sind mit dem Auto. Darauf, Sachen kaputt zu machen. Wieso? Weil ich weiter spielen will. Und jetzt? Doch, nimm mal. Zaun. Okay, dann such ein Auto. Oh, ich helfe dir. Ich bin der alte Knacker. Wo bin ich überhaupt? Lauf im Kreis. So, alter Knacker. Oh, ich kann mich nur im Stock schlagen. Komm, wenn ich dich schlagen. Nein! Man schlagt keine Frauen. Sagst du, hast keine Regen gekut. Was soll das jetzt heißen? Ich denke, du Zuschauer, ich tue Frauen schlagen. Das machst du auch. Gar nicht. Sagst du doch immer, ich soll dir auf den Arsch hauen. Auto! Du fährst in die falsche Richtung. Ich fahre in die richtige Richtung. Ja, aber hallo, ich will mit. Ah, scheiße. Oh, Mann. Guck mal, ich stehe. Ja. Ich bin drüber gesprungen. Mal schauen, ob man mit dem Auto überhaupt durch das Tor geht. Was? Kannst du nicht Auto fahren? Ich kann Auto fahren. Hat man ja gesehen. Jetzt mal. Ich glaube nicht, dass du da durchkommst. Vollgas! Vollgas! Um diese Prennen bei Ehring können. Okay. Wie das aussieht, die Feinde. Ja, wenn ich ja in die eine Richtung schaue. Auch hier, hier sieht es um die auch komisch aus, oder? Ich folge jetzt, ich suche mal ein anderes Auto. Ja, aber hier ist auch eine Mauer. Was ist hier drin? Oh, nicht in den See. Da waren wir doch schon. Hä? Dann komme ich hier drauf. Ah! So, jetzt. Probieren wir das nochmal. So, Jurassic-Helfer. Gabelstapler. Kehrmaschine. Nee. Wieso kann ich es im Auto nicht wählen? Das Auto hast du doch schon. Nein, ich meine, das ist, wo du auf den Schienen fahren kannst. Mach mal die Karte nochmal auf. Steck mal ein. Ah ja. Und jetzt machen wir mal die Karte auf. So. Aber hier kommt auch eine Mauer. Oh. War ja erschaffen. So. Schauen wir mal, ob man irgendwo dahin kommt. So. So ein Foto-Dinger und so. So Musik. Eko, so ein Radium. Willst du wieder schärfen? Ja, gut. Ja, hier sieht es aus, dass es bei einer Mauer. Aber hier. Das ist aber auch falsch, ne? Hä? Wie sind wir denn da rüber gekommen, Alter? Aber das ist Jurassic-Helfer. Äh, T-Rex. Ja, das ist aber... Können wir da hin? Wahrscheinlich Jurassic World und Jurassic Park. Nein, geh mal hin. Natürlich. Geh mal hin. Ich dreh doch grad rum. Oh, du kannst es echt nicht. Sieh, du kannst ja auch so. Und so ist schon Jurassic Park und Jurassic World. Ja, sag's doch gleich. Hab ich doch... Nee, meld mich. Ja, dann kommst du hier so. Dann kommt hier die Schiene. Nee, dann kannst du nicht hier ein Dinger, hier so ein Auto rufen oder so. Ich fahr mal hin. Karte! Karte! Schon mal zurückfinden, oder? Ich fahr mit der Karte eigentlich, die mir jetzt zu zeigen. Nicht mit dem Auto. Also ich fahr schon mit dem Auto, aber... Fahrst mit der Karte, oder? So, hockst dich drauf und fahrst los. Das ist das Beste. Ja, weißt du, wenn du nicht draufsetzt, kennst du ja bei allen, die fliegt ja der Teppich fliegt zu der Karte. Das ist ein Teppich. Du sagst schon auf der Karte. Ach, halt's mal. Du hast keine Ahnung. Du hast einen Scheiß. Du weißt, da rein hier. Stopp! Äh. Ich bin rausgestiegen und da hat noch die Karte in der Hand. Was kann ich hier machen? Ja, ist ja auch die Karte eigentlich, oder? Weißt du, wie wir das jetzt machen? Jetzt sind wir mal ganz clever, ne? Ganz clever, ja. Vor allem nicht los. Gegen Bauen. Alter! Ach, schad. Du schaust hier nicht weiter. Ja, aber... Du kommst hier nicht gerade durch. Oh, äh. Ja. Irgendwie kannst du hier so voll rüberjumpen. Vielleicht kannst du nicht rüber springen. So, nochmal. Zack, 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 zack. Okay, warte mal. Weißt du, dann probier ich mal, mit den anderen von der anderen Seite mal rüberzukommen. Aber hier kommst du nicht weiter. Äh, wieso gibt's wieder runter? So. Klappt's. Nee, nicht so ganz. Kannst du nicht durchspielen. Ja, wieso komm ich da nicht rüber? Ich muss mit der Frau da rüberkommen. Irgendwie. Kannst du nicht hinterherlaufen, dafür... Ich sammle Punkte ein. Ja, die ist ja da drüben. Ja, die ist ja da drüben. What the fuck? Ja, aber wir brauchen noch das Auto, damit das Tor aufgeht. Ja, schon. So. Hab' nur was geguckt. Drück mal bitte Karte. Ich muss Punkte sammeln. Oh, du mit deinen scheiß Punkten. Hey, die zählen für uns beide. Jetzt mal schneller. Alter, was machst du? Ich mach' gar nix. Nein. Ähm. Ja. Was ist das? Kannst du in Warnung? Kannst du in Warnung? Kannst du in Warnung was durchfahren? Äh, ja. Wie mach' ich das jetzt? Kann ich erst kaputt machen. Ja, ich such' das Ding. Welches Ding? Was? Den kann man kaufen. Wieso? Ja, dann... Wir können aber vielleicht was Spezielles machen oder so. Darf ich? Ja, wir haben ja genug Punkte. Deshalb sammle ich auch. Alter, wie viel es da gibt. Okay. Jetzt kannst du... Spiel mal den und guck mal hier weiter rum. Nö, kann ich nicht. Wieso kannst du den nicht spielen? Oh. Hier ist irgendwie alles kaputt. Was tust du? Du musst zu einem Tor hin. Welches Tor? Ja, da wurde grad fach überrascht. Jetzt bist du wieder weggerannt. Ja klar, aber... Ich krieg das ja nicht auf. Ja, aber dann geht das... Das ergibt ja keinen Sinn. Ich muss doch mit der Tuse rüberkommen. Wischen das? Arbeit in Gefahr. Wischen die blöde T-Rex-Missionen. Ja... Ähm... Nicht hierhin vielleicht. Das haben wir schon. Ja, aber hier ist doch die Geschichte. Geschichte wiederholen? Ne, hat man ja. Das habe ich doch. Hier hast du einen Marker. Wieso hast du hier so einen Marker? Hm... Da kannst du wieder auswählen. Das war ja am Anfang. Sonst... Goldner Stein. Was für Fotos. Karte. Und wo sollst du weitergehen? Einer halt da drüben. Kann ich die jetzt spielen? Oh, oh. Du stirbst. Wo? Alter, paar Schläge und der ist kaputt, oder wie? Ich dachte, die kann man jetzt spielen. Der ist kaputt, Kippe. Oh, wusch der blöde Dinosaurier schon wieder. Ich sollte mich zu einem kuscheligeren Dino versetzen lassen. Oh, der Dino braucht was. Wenn du ihn kaputt machst. Nein, der hat Hunger. Ich habe noch mal einen gekauft. Immer nur am kaufen. Scha-Pan. Hier, schau. Ich will Knochen. Aber musst du das holen. Der braucht Fleisch. Schatz, der braucht Fleisch. Ja, dann hol doch. Kann ich das nicht? Ja, wo? Da müssen wir ins Jurassic World gehen. Nein, wo ist Schnee? Ich kann schon hier irgendwo weiterspielen. Ja, wo ist denn noch das Auto? Guck, hat man um auch hier noch irgendwo eine Mission oder sowas? Ich habe mir übergeschaut. Oh, mir wurscht. Hier, mein Kleiner. Oh, er ist so süß. Hey, hier ist ja nix. Hey, an der Verstelle würde ich mich von die Lofosaurien fernhalten. Die können Giftsprung. Guck gut aus. Blick dich nicht mit mir an. Mach ich heile Blatt. Ja, wenn wir mich hier drum anmachen. Mhm. Mhm. Ich bin. Ich bin. Bitte, ich bin. Man.